So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Jetzt tue ich alles hier am Band abfertigen. Hyperbonus, Teil 3. Es stand die ganze Zeit ja schon fest, dass Teil 3 ein Raid Day wird, ein Mega Raid Day. Jetzt haben die Leute natürlich, ich auch, so gedacht, vielleicht ist das ja die Einführung von Mega Mewtwo. Go Fest, Mega Mewtwo. Warum nicht? Wenn nicht im Go Fest, als Bonus danach, als Hyperbonus, muss ja was Krasses sein. Nein, sie nehmen es immer noch zurück, sie sparen es sich immer noch auf, es ist ein anderes cooles Pokémon. Wo ich jetzt wieder ein bisschen ärgerlich bin, denn auf dem Main habe ich es irgendwann geschafft, endlich mein 100%iges Lucario zu kriegen, nachdem ich lauter Riodos hin und her getauscht habe. Ich habe ein 100% Shiny Lucario dann gehabt, durch Zufall, weil ich ein 100er angeklickt habe und dann hat das geglitzert. Und ich dachte, ach du meine Güte, das kann nicht sein, da freue ich mich auf Mega Lucario. Ist Vergangenheit, was habe ich jetzt? Wahrscheinlich nichts, keine Ahnung. Das heißt, ich müsste eigentlich an dem Raid Day raiden und gucken, dass ich da ein halbwegs gutes Exemplar kriege, was ich dann auch entwickeln kann. Einmal als Shiny, einmal normal, das wäre mein Ziel. Ich freue mich natürlich an einem Raid Day über die Raids, die man zusammen machen kann, über die Tour, die man machen kann. Gerade bei Kyokre, bei Groudon ist man ja auch rummer zwei Stunden gestreamt, hat seine 14, 15 Pässe da verbraten, die Leute eingeladen. Das war richtig toll, hat Spaß gemacht. Problem ist, an dem Samstag will mein Computerexperte vorbeikommen und will eigentlich sich um den Computer kümmern. Er kommt zwar schon um neun und sagt dann, er braucht sechs Stunden. Das Event läuft, glaube ich, von elf bis siebzehn Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Oder ob ich mich vielleicht, wenn der irgendwas macht, was länger dauert, mal eine Stunde oder zwei entfernen kann. Also irgendwie muss ich das hinkriegen, weil Megalucario Day ist auf jeden Fall wichtig und ist mein Highlight von den Hyperbonis. Wenn nicht, muss der PC halt nochmal warten, dann dauert es halt drei Wochen. Denn ich nehme immer noch mit dem alten hier auf, aber der kackt immer zu ab. Ich hoffe, das passt jetzt hier und irgendwann ist der neue da und dann kann ich auch endlich die langen Phlox schneiden. Megalucario entfesselt beim Hyperbonus-Raytag. Seine Aura hat plötzlich rote Hände, hat hier rote Würste. Was ist da los? Samstag, 27. Juli von 11 bis 17 Uhr. Da ist eigentlich normal genügend Zeit. Ich würde ja an dem Tag direkt ab 11 Uhr einen Livestream starten. Von unterwegs, wahrscheinlich wieder am Volkshaus beginnend, die Arenen durch den Park weggehend, dann warten, bis wenn die Stunde um ist und die Raids neu aufgehen, von da wieder den Weg zurück und dann in die Stadt da abschließen. Wie wir das in den meisten Raid Days zum Schluss gemacht haben. Megalucario zum ersten Mal in Megaraids erscheint häufiger in Raidkämpfen. Man kriegt bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich. Das heißt, ihr könnt also 6 Raids machen. Wenn ihr natürlich noch den Pass vom Vortag habt, dann könnt ihr 7 Raids machen an dem Tag. Also hebt euch den auf, weil das ist wichtiger als alles andere. Es besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Lucario. Ist meistens immer dabei. Man erhält 1,5-fache EP für Raidkämpfe. Also da sind schon extra Zusatz-Bonis dabei, die du sonst nicht an einem normalen Raid-Tag hast. Die du nur an einem Raid-Tag hast, wenn du ein Ticket für den Raid-Tag hast. Weil sie aber schon ein Hyper-Bonus ist, ist natürlich hier nochmal noch mehr Bonus dabei. Eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons bei Raidkämpfen vor Ort. Von Samstag, den 27. Juli 2 Uhr bis Sonntag, den 28. Juli 5 Uhr wird das Fan-Raid-Limit auf 20 erhöht. Ihr könnt also 20 Mal eingeladen werden, statt 5 Mal, wie es normal ist. Exklusive Attacke, Kraftwelle, Trainerkämpfe 13 Schaden, Arena-Kämpfe, Raidkämpfe 9 Schaden. Ob die gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Dann gibt es ein neues Avatar, eine Maske, einen neuen Avatar-Artikel. Die Aura ist mit euch, wenn ihr ab dem 22. Juli euer Raid-Tag-Ticket für 5 US-Dollar in Pokémon-Go-Webstore kauft, erhaltet ihr den Avatar-Artikel Lucario-Maske früher als sonst. Das ist, das sagt schon wieder, brauchst du gar nicht, weil du es eh danach bekommst. Ich kann das eh nicht machen, weil Free-to-Play, Habanero, Free-to-Play, das heißt, ich stecke da kein Geld rein. Wenn mir jemand ein Ticket schenkt, dann ist das cool. Ich selber darf mir keine Tickets kaufen. Über den Web-Store kann man aber nichts verschenken. Über den Web-Store muss man sich selber holen. Also ich werde nicht diese hässliche Maske tragen können, die ihr bestimmt wieder alle gut findet. Trotzdem gibt es zu dem Raid-Day auch wieder ein Event-Ticket für 5 US-Dollar. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich jemand findet, der mir das gönnt. Wenn nicht, mache ich halt nur diese 7 Raids. Ansonsten mache ich dann 15 Raids oder so. Das hätte natürlich mehr Bock. 8 zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Aren. Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe. Ein garantiertes XL-Sonderbonbon, wenn ihr Lucario fangt. Dreifache EP für Raid-Kämpfe und doppelter Sternenstaub für Raid-Kämpfe. Für mich am wichtigsten für 5 Euro 8 Pässe im Wert von 8 Euro, dass ich mehr raiden kann. Ich habe meine ganzen Pässe, die ich angespart hatte, alles beim Go-Fest in Gera ausgegeben. Das seht ihr aber dann, wenn ich das Negrotzma-Video mal endlich rausbringen kann, wenn gerade keine 10.000 Info-Videos sind. Deswegen, ich habe jetzt keine Raid-Pässe mehr, gar nichts. Ich muss also auf alles, was da in dem Ticket drin ist, dann zurückgreifen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf Mega Lucario. Ich werde sehen, dass ich trotzdem an dem Tag ab um 11 losziehen kann. 2 Stunden vielleicht oder so, je nachdem, wie lange ich brauche, um meine 15 Pässe dann auszugeben. Wenn es nur 7 Pässe sind, dann halt eben weniger. Ansonsten, habt ihr Bock? Feiert die Mega Lucario oder hättet ihr lieber Mega Mewtwo gehabt? Ich finde das cool, das muss auch mal kommen und so bleibt das große Fette noch übrig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, Mega Metagross muss ja auch noch kommen. Das ist ja auch nochmal fett. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.